Welcome Home Ja damit ein herzlich willkommen zu Resident EO7 Demo. Ja es wurde auf der E3 eingekündigt worden und die Demo ist direkt an dem Tag auch erschienen so kitchen found within Sam House are seen in footage ok 1. Juni 2017 stand da glaube ich ja your head ow keep still god god dieses spiel befindet sich noch in der entwicklung bla 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 ok Capcom R.E. Engine ok Untertitel haben wir an Taster drücken jo so jetzt beginnen wir auch Resident EO7 Teaser beginning how ok wir sind irgendwo in einem Haus entkommen sie aus dem Haus ok das spiel erinnert mich an PD seien selbst was ich aber auch nicht schlecht finde so was haben wir hier sie haben keine videokassette ok ah jetzt eine zettel ich werde sie an den steinen zerschmettern oje was haben wir hier haben wir Bild von einem Typ und einer Frau wahrscheinlich wohnen die auch hier so wir werden es auch mal genauer checken vielleicht finden wir hier irgendwas was geht denn jetzt ab oh was ist das es fehlt eine sicherung ach du gott was war das hier ist jemand in dem Haus oh 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 buh ok hier ist niemand ja die Türen gehen automatisch zu hm ach du gott hier sind irgendwelche Puppen die waren aufgegangen die sehen aber nicht schön aus so ach du gott ach das ist mein Schatten ich hab mich schon erschrocken ey Puppenfinger was ist das denn Dreieck Inventar Teil der Hand eine Puppe aus Zelluloid hergestellt kann man das hin untersuchen ok j wir haben in der uhr ich glaube ok so wenn jetzt schraubst gehen nach oben oh mein die Puppen sehen ja gruselig aus 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 vielleicht später mal gucken vielleicht später mal gucken hau ab lass mich los bei alter du bleibst jetzt da so hier machen wir noch nicht oh mein gott das sieht schon ziemlich geil aus oh ich höre da was äh geht was haben wir hier äh hier ist eine Rabe drin sieht nicht lecker aus kommt wieder zu machen ach da tropft nur Wasser ok drehen wir mal den Hahn so was haben wir hier äh geht weg mit der kakelake wo was war das da ist ein kleines Schloss nee was Schlüsselloch ok jetzt nichts dann gehen wir auch weiter 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 ok weiter geht's was haben wir denn hier er ist mit einem Kette verschlossen hm ok so oh je oh je hier kommt bestimmt was äh geht was ist das ein Bäuschen schneider nehmen wir sofort mit oh wo kommt der denn jetzt wo kommt der denn jetzt sie brauchen einen Schlüssel ok weiter geht ja man kann auch laufen ja sehr gut verfalle in das Haus ok hier haben wir eine Videokassette dann gehen wir mal zurück zurück was war das denn für ein Geräusch also wir sind ach Gott wo ist diese Puppe jetzt wieder keine Reaktion was ist das denn da hinten naja weiter geht's ach du Gott ach du Gott oh oh ja jemand zu Hause hallo ok niemand da ich hab aber da jemand gehört so verfallenes Haus eine Videokassette die Aufschrift lautet verfallenes Haus Dullway 1. Juni so jetzt bin ich mal gespannt 1. Juni 2017 10 Uhr 23 Clancy Javis 5 wow wir sind die da jetzt 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 6 5 7 6 7 7 8 7 8 10 10 10 11 12 12 12 Hmm. Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sound? Ooh, is it haunted? Fuck me. How was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Ach, that's doch so this house, wo ich jetzt spiele. Sorry, Andre. Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. Okay. Ugh. Ah, shit. I knew I should wear my good shoes. Oh, shit. Andre. 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 Clancy, where Andre went? I don't know. Where is he? Un-fucking-believeable. This is the last time I work with that guy. I mean producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. What the fuck was that? Did you hear that? Andre? What the fuck is he? Andre. Andre, where are you man? ach du gott was jetzt ist doch niemand ok dann folgen wir mal den typ warum soll ich als erster nach unten oh man das gefällt mir gar nicht oh mein god was macht ihr da oh god der ist tot wie geht wer war das oder kommt jemand wer war das denn jetzt ach du gott wo kommt das denn jetzt hin ich werde dich an den stein zerschmettern naja ok dann gehen wir mal hier rein was ist das hinter tür schlüssel ok nach unten kann ich nicht alles klar alter schwede das war doch diese der typ sah doch wie auf dem foto aus oder nicht alter das war bestimmt der typ da ok niemand da kann ich hier rein verschlossen oh mein gott ok der ist da lang gegangen da ist was nämlich runter gefallen ich gehe mal kurz nach oben was kann ich überhaupt mit dieser pop und finger machen nicht okay wir haben wieder weiter geht Oh mein Gott Boah scheiße alter Oh man ey Ich hab mich voll erschrocken man Rächtige Puppe ey Okay draußen ist voll hell wie die stehe Gehen wir mal nach draußen Ups Wo ist er Oh oh Das war doch dieser Typ Ich wusste es Was war das Oh mein Gott was das Oh Gott Was war das denn jetzt Krass Die Familie erwartet sie Frühjahr 2017 Öffnen sie die Tür zum Resentive Botschafter Programm Resentive 7 Ja liebe Freunde Ich glaub das war's mit der Demo Es war Etwas kurz aber Ich fand's schon geil Schreibt doch mal Einfach im Kommentar Wie ihr das Spiel findet Also für mich war das Ganz okay Ganz was Neues Nicht wie bei Andere Teilen So Ich glaub wir fangen jetzt wieder am Anfang Ja genau Tasse drücken Und dann Ich drück mal Vielleicht kommt da ja was anderes Ne Okay Ja liebe Freunde Das war's dann mit dieser Demo Und wir sehen uns in ein anderer Let's Play wieder Schön dass ihr da wart She's back Go tell Aunt Rohdee 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 She's still the one they make Call to him when he will come She'll run to him like he's the one His arms outstretched, but when she's done He'll be torn apart Go tell and roll me 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 Everybody's 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 Duh